Hallo und willkommen zurück bei Get Alive, dieser verdammt lauten Mod. Ähm, ich hab saulange nicht gespielt und hab deshalb keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich zu tun habe. Ähm, ja. Was kann man ansonsten noch sagen? Da bin ich hergekommen, das weiß ich. Also müsste ja irgendwas hier sein. Nur ist die Frage, wo? Nicht da. Nein. Da auch nicht. Oh oh. Oh oh. Boah. Meine Güte, Badewanne, mein Freund. An dich erinnere ich mich. Puh. Okay, Luft wieder voll runter da. Und doch mal schauen. Also, hier muss es noch irgendwas geben, was ich beim letzten Mal übersehen habe. Oh. The new codes for the storeroom is 2105. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Oh oh. Oh oh. Geh da rüber. Geh da rüber. Oh oh. Oh oh. Geh da hoch. Boah. Boah. Okay, das war sauknapp. Puh. Ja, für den Lagerraum. Aber wo ist der Lagerraum? Gab's denn noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Ne. Äh, Lagerraum, Lagerraum. Boah. Puh. Ich finde es interessant, wie das Hut aus dem Bildschirm klippt. Okay, wieder runter. Puh. Go, go, go. Echt mal, wo ist der Storageroom? Äh, hoch da. Ne. Ich bräuchte Schilder. Das hier ist er ja ganz offensichtlich nicht. Muss ich etwa wieder zurück. Und nach einem Storageroom suchen. Wo auch immer der sein soll. Meine Fresse, dieses Geräusch geht mir so ein bisschen ja auf eier, ne. Okay, da komme ich nicht lang. Kann nur hier hin. Männertoilette. Ne. Ne, da auch nicht. War hier noch irgendwas? Nein. Das hatte ich doch alles gemacht. Ja. Hier komme ich auch nicht weiter. Bin ich irgendwie zu doof hierfür? Habe ich irgendwas absolut offensichtliches übersehen? Ich wüsste ehrlich nicht. Was? Ich glaube, man möchte nicht, dass ich auf diesem Tisch rumhüpfe. Boah, jetzt lass mich da durch. Boah, was? Hier, hüpfe einfach seitlich an die Leiter, wenn ich eigentlich was anderes machen will. Boah. Du Kiste, Waffenkiste. Okay, im Ernst. Was muss ich tun? Können wir versuchen, hier durchzurennen? Ich glaube, das ist eine ungeflügelte Idee. Es sei denn... Alter, Verweiter. Dreckig. Aha. Oh. Nein. Gibt's hier nichts zu drücken? Nö. Oh. Wie komme ich da hin, bitteschön? Man, stelle ich mich echt so dumm an. Was tust du, Typ? Überall hochhüpfen, ja. Flutsch. Boxt. Vielleicht, wenn ich mir irgendwas von hier schnappe. Oh. Hi. Badewanne. Badewanne. Oh. Das habe ich echt nicht gemerkt, dass da so ein Dummes... Äh. Nur mal ein Feld ist. Okay, was... Okay, was... ist das? Ich habe Angst davor. Leck mich am Arsch. Zwei rote Punkte machen mir sau Angst. Okay, 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 okay. Alter, ich sehe gar nichts. Boah. Aha, mein Zeug. Hallo. Zumindest... Ne, das ist nicht mein Zeug. Aber es ist Zeug. Okay, was haben wir? Eine normale Pistole, das Ding und eine Shotgun. Das ist doch schon ganz in Ordnung für den Anfang. Au. Au. Das tat irgendwie... Voll weh. Ist es jetzt aus? Ja, ist es. Okay, Hava, Heine. Ne? Ja. Oh. Besser. Warum kann ich das nicht aufmachen? Ich sehe nichts. Verdammt nochmal. Ich sehe nichts. Alter, ich habe Angst vor dem Ding. Ich werfe eine Granate. Oh, scheiße. Mann, was ist hier los? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich will da nicht rein. Vergesst es. Gib mir mehr Granaten. Oh, das hier ist jetzt auch von gut. Ich denke jedenfalls, dass es gut ist. Ich speichere lieber, weil ich der Sache nicht traue. Alter Schwede. Ich mache lieber mal einen neuen Spielstand. Weil man weiß ja nie. Hä? Okay. Oh, einen Moment kurz. So, äh, ich wollte nur mal sicher gehen, dass ich auch wirklich aufnehme. Und ich mag diesen Ort echt. Hammer. Einfach Hammer. Macht man die Tür auf, kommt man nicht mehr dran vorbei. Hallo. Äh! Okay, tot. Was zur Hölle? Ist hier passiert? Du bleibst schön da drinnen. Hä? Okay, das geht nicht. Oh, Mann. Oh, gut. Ah! Hi. Wie geht's? Oh, oh. Nein, 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 nein. Was? 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 Oh, leck mich am Arsch, du. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh, tsch! Alter, verweiter. Oh, meine Güte. Was ist jetzt schon wieder? Oh, ich bin doch gerade erst da rausgegangen. Alter. Oh, nein. Oh, nein, meine Sachen. Meine Sachen sind schon wieder weg. Fuh, Spiel. Fuh. Hattet ihr mir die Sachen nur gegeben, um mich paranoid zu machen? Was? 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 Was zur Hölle? Fahrräder? Okay, kann man machen. Einer von den Typen. Einer von den Typen. Alter. Das sieht ungut aus. Da gehe ich jetzt noch nicht hin. Hier liegt noch einer rum. Was ist hier passiert? Oh, Scheiße. Das hat irgendwie nicht geklappt. Nö. Das klappt auch nicht. Wow, rutsch. Ach, hier komme ich so... Nö, hier komme ich nicht wirklich hoch. Meine Fresse, wie ich hier rutsche in die Richtung... Okay, liegt vielleicht daran, dass alles schief ist, aber... Ja.